Ware Gaumenfreuden bereitet ein Besuch im Restaurante Alfredo in Wien-Ottakring. Hier erwartet Sie nicht nur ein angenehmes Ambiente, sondern vor allem eine Vielfalt an italienischen und österreichischen Speisen. Dazu gehören eine umfangreiche Auswahl an Pizzen aus dem Holzofen, verschiedenste Fischgerichte, Meeresfrüchte wie etwa zartgegrillte Calamari, aber auch köstliche regionale und saisonale Menüs sowie hausgemachte Pasta-Variationen. Zu den leckeren Gerichten serviert Ihnen das aufmerksame Team gerne delikate Weinspezialitäten aus Italien. Das Lokal verfügt neben den gemütlichen, heimeligen Gasträumen über einen sehr schönen, schattigen Gastgarten. Hier können Sie Ihren Aufenthalt in der warmen Jahreszeit ausgiebig genießen. Dazu tragen nicht zuletzt die Mitarbeiter bei, welche durch ihren besonders freundlichen und zuvorkommenden Service begeistern. Restaurante Alfredo – Urlaubsgefühle mitten in Wien Untertitelung des ZDF für funk, 2017